Hallo, Markus hier von Zeldas TV. Heute möchte ich mit dir über zwei psychologische Effekte sprechen, nämlich den Halo-Effekt und den Horn-Effekt. Bitte stell dir dafür mal eine geschäftliche Situation vor, wo du einen Menschen zum ersten Mal triffst. Er ist top gepflegt, trägt einen hervorragend sitzenden Anzug, vielleicht sogar einen Maßanzug und hat insgesamt ein sehr seriöses gepflegtes Auftreten. Wirst du diesen Menschen als kompetent, als vertrauenswürdig und erfolgreich einschätzen? Wahrscheinlich ja, weil das Merkmal Kleidung Äußeres Auftreten eben hier auf die anderen Merkmale überstrahlt und sozusagen eine höhere Erwartungshaltung setzt. Das ist das, was man in der Psychologie Halo-Effekt nennt oder auf Deutsch übersetzt, auch den Heiligenscheineffekt, weil eben ein Merkmal, was besonders markant ist, schnell aufzunehmen ist und schnell zu erkennen ist, auf die anderen Merkmale hin überstrahlt. Jetzt stell dir bitte die gleiche Situation vor, nur eben, dass du diesen Menschen zum ersten Mal triffst, wenn er ungepflegt kommt, wenn er schlechte Kleidung trägt, wenn er schlecht sitzende Kleidung trägt, wenn die Kleidung nicht dem Anlass entspricht. Wie schätzt du diesen Menschen jetzt ein? Wenn es dir geht wie den meisten, dann schätzt du ihn eher als erfolglos ein, du schätzt ihn vielleicht deutlich weniger vertrauenswürdig ein als den Menschen im ersten Beispiel oder du schätzt ihn auch als weniger kompetent ein. Das nennt man in der Psychologie den Horneffekt, eben analog zum Heiligenschein sind es hier die Teufelshörner. Nun will ich aber in meinen Videos nicht mit dir über deine Kleidung sprechen und will dir auch keine Kleidungstipps geben, wie du dich zu welchem Anlass anziehst. Dafür gibt es genügend andere Kanäle da draußen, sondern wir wollen über dein Marketing und deine Werbung sprechen. Was hat also jetzt nun der Halo-Effekt und der Horneffekt? Was haben diese beiden psychologischen Effekte damit zu tun? Erstens, deine Werbung, dein Marketing sorgen für einen ersten Eindruck. Ob es deine Website ist, ob es eine Broschüre ist, ob es eine Anzeige ist, ob es vielleicht eine Visitenkarte ist. All das, was dein Kunde von dir wahrnimmt, kann entweder für einen Halo-Effekt sorgen oder es kann für einen Horneffekt sorgen. Wenn du also ein höchst professionell gestaltetes Marketing hast, professionelle Fotos, tolle Texte und das Ganze auf, wenn du es in gedruckter Form machst, auf hochwertigem Papier rüberbringst, dann wird das sicherlich sehr positiv abstrahlen darauf, was man von dir an Kompetenz erwartet, was man von dir auch an Sorgfalt und Zuverlässigkeit erwartet. Wenn deine Werbung dagegen schlampig gemacht ist, erkennbar wenig Aufwand da reingesteckt wurde, wenn du erkennbar Tippfehler, viele Tippfehler in deinen Texten hast, wenn die Fotos nicht professionell aussehen, dann kann das Ganze eben auch einen Horneffekt für dein Unternehmen haben. Du hast vielleicht auch zu sehr übertrieben in deinen Werbeversprechungen und Formulierungen benutzt, die genau eben Misstrauen wecken und auch hier kann es dann dazu führen, dass du als weniger kompetent, weniger zuverlässig und weniger vertrauenswürdig wahrgenommen wirst. Zweitens, du kannst den Halo-Effekt in deinem Marketing aber auch sehr gezielt nutzen, indem du ein Merkmal, was von außen leicht zu erkennen ist, besonders in den Vordergrund stellst, indem du das besonders bewirbst und in deiner Werbung besonders deutlich herausstellst. Das kann zum Beispiel sein, indem du Fotos von dem tollen neuen Design deiner Maschine zeigst. Wenn du ein sehr modernes, sehr stylisches Design auf deinen Produkten hast, dann kannst du vielleicht davon ausgehen, dass deine Zielgruppe, deine Produkte als besonders innovativ wahrnimmt und auch die Technik, die unter dieser Verkleidung steckt, als besonders innovativ einschätzt. Oder etwas, was heute, glaube ich, nicht mehr ganz so üblich ist, aber wo ich mich noch aus meiner Jugend dran erinnern kann, dass viele Leute die Sicherheit eines Autos danach bewertet haben, wie das Geräusch ist, wenn die Türe zufällt. Ein sattes Geräusch hat auf eine hohe Sicherheit schließen lassen und eben ein nicht sattes Geräusch hat da auf ein weniger sicheres Auto schließen lassen. Wobei das Geräusch tatsächlich viel mehr mit der Dämmung in der Türe als mit der tatsächlichen Sicherheit des Autos zu tun hat. Das waren der Halo und der Horneffekt. Wie denkst du darüber? Schreib es mir unten in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da. Und natürlich, falls du es noch nicht getan hast, abonniere SeldasTV. Du bekommst hier jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuschaust und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.